Hoffentlich habe ich Unrecht. Denn der erste Eindruck beim Reinhören und Reinlesen in das Wahlprogramm Baden-Württemberg, das jetzt in einem Video angekündigt bzw. vorgestellt wurde und der Verweis auf die Homepage gegeben wurde, und zwar von wir2020.eu. Ich hoffe, ich habe Unrecht, dass dieses Programm das Scheitern der Partei bedeuten kann und vielleicht wird. Und hier unten rechts an dem runden Ding bitte schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. 1,5 oder 1,75 empfehle ich als Geschwindigkeit. Ja, ich gehe jetzt den Überblick des Programms durch, weil es nicht lohnt, die Details des Programms sich anzuschauen. Ganz generell, erstmal fangen wir mit dem Positiven an. Wir haben ja acht externe Reformer empfohlen, externe Experten. Aber Baden-Württemberg hat sich bisher wahrscheinlich aus Unkenntnis der Sachlage für viele andere externe Reformen entschieden. Nur bei einem gibt es eine Übereinstimmung, bei der Gemeinwohlökonomie. Da steht hier im Überblick, Gemeinwohlökonomie fördern, steht bei Wir2020 EU Baden-Württemberg-Programm sozusagen. Ja, aber wie? Ja, also die Next Scientist for Future, die gemeinwohlorientierte Wirtschafts- und Gesellschaftsform der Next Scientist for Future, die ausgereift ist, oder die zu junge und stürmische und wilde und in Teilen linksradikale Gemeinwohlökonomie von Christian Fellber. Das ist doch zu diskutieren, wäre zu diskutieren. Gemeinwohlökonomie, also da werden die Wähler, ich kann jetzt nur versuchen sozusagen mal den Advocatus Diaboli zu machen, also den Widersprecher mal sagen, was die Wähler sagen könnten. Ja, die Gemeinwohlökonomie, das haben ja schon ganz viele kritisiert. Dieser Fellber ist ja ein ganz linksradikaler. Der will ja irgendwie alles Mögliche enteignen, Unternehmensgrößen begrenzen, Verdienste und Gewinne und so weiter begrenzen, finanziell und so weiter. Der hat ja so eine ganz linksradikale Mentalität. Davon ist doch bestimmt auch diese Gemeinwohlökonomie infiziert. Antworten könnte man jetzt, nein, die Gemeinwohlbilanz ist etwas gemäßigter da. Es geht nicht um so ganz so radikale Töne wie bei Christian Fellber persönlich. Aber es ist schon so, dass da drin eine ganze Menge Radikale steckt. Und solche radikalen Konzepte sind teilweise sozusagen basierend auf vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten und der NGOs, mit denen die sich sozusagen Kundschaft und Gelder verschaffen und Karrieren verschaffen. Und letztendlich versuche ich es mal positiv zu formulieren. Ja, wir müssen die Wirtschaft lenken und zwar mit ganz starken, positiven Anreizen die Wirtschaft dahingehend lenken, unser aller Leben viel, viel glücklicher, gesünder, langlebiger und reicher zu machen, indem die Wirtschaft nicht mehr Profite auf Kosten der Menschen erzeugen kann, sondern indem es unmöglich gemacht wird, Profite auf Kosten der WählerInnen zu machen, sondern indem eben Gewinne abhängig gemacht werden von messbaren und eindeutig feststellbaren Verbesserungen im Gesundheits- und Langlebigkeitszustand der WählerInnen, im Glückszustand zum Beispiel messbar eventuell durch eine Wohlfühlstimme als neue, superdemokratische Wahlstimme, die wie ein fortlaufender, dauernder Mini-Volksentscheid wirken würde. Aber die Gemeinwohlbilanz bietet zu viel Unwägbarkeiten. Einen Staat, die gesamte Wirtschaft, milliardenschwere Wirtschaftsunternehmen, abhängig machen von den Willkürentscheidungen von Wirtschaftsprüfern, staatlichen Wirtschaftsprüfern für Gemeinwohlbilanzen, ist zu wackelig. Das kann zu einer Prozessflut führen. Es kann auch sein, dass das Verfassungsgericht angerufen werden wird, so nach dem Motto, ihr könnt doch keinen Staat mit Schätzwerten von Wirtschaftsprüfern für Gemeinwohlbilanzen, sozusagen subjektiven Einschätzungen, wie gemein wohlorientiert ist dieses Unternehmen, könnt doch davon nicht einen Staat und ein Wirtschaftssystem abhängig machen. Und es kann dann sein, dass das Verfassungsgericht sagt, ja, mit solchen schwammigen Daten und der daraus zu erwartenden unendlichen Prozessflut, dass die Unternehmen klagen werden und sagen werden, wir haben ein paar Punkte zu wenig bekommen, und die anderen, unsere Wettbewerber haben ein paar Punkte zu viel bekommen und jetzt werden Milliardenentscheidungen gegen uns gefällt und so weiter. Diese Prozessflut, um die zu vermeiden, wird vielleicht das Bundesverfassungsgericht sagen, so geht es nicht. Wir dürfen die Wirtschaft nur von harten Zahlen abhängig machen. Und das ist eben der Unterschied, ne, Schluck Wasser. Die gemeinwohloriente Wirtschafts- und Gesellschaftsform der Next Scientist for Future vom Weltrat arbeitet mit harten Zahlen. Die Wohlfühlstimme, wenn sie einmal beim Bundeswahlleiter abgegeben ist, ist eine knallharte Zahl, die durch nichts verrückbar ist. Und wenn dann ausgewertet wird, wie haben sich die Wohlfühlstimmen, die Gesundheitsaufwanddaten, und das sind harte Daten, im Moment wären das ja Gesundheitskostendaten, da geht es ganz klar um bestimmte Beträge, Finanzbeträge. Die sind ganz klar, die stehen fest, die existieren und die braucht man nur abzuschreiben. Und anhand dessen kann man beurteilen, hat dieses Unternehmen messbar und auch die Langlebigkeitsdaten unter den Kunden, hat dieses Unternehmen bei seinen Kunden, bei seinen Anwohnern und beim Rest der Gesellschaft die Wohlfühlstimmen signifikant verbessert, hat es die Gesundheitskostendaten verringert, hat es also die Gesundheitskosten verringert, weil das Unternehmen sich als Gesundheitsförderer erwiesen hat, hat es die Langlebigkeitsdaten vergrößert, werden die Leute jetzt durch das Wirken dieses Unternehmens ein bisschen älter als vorher, weil Gesundheit gefördert worden ist? Und werden die Menschen glücklicher, werden ihre Wohlfühlstimmen besser und werden sie reicher? Wie sind die Finanzzahlen der Bürger? Oder hat ihr Vermögen oder ihr Einkommen zugenommen durch den Einfluss des Unternehmens? Und da genau mit solchen harten Daten muss man dann die positiven Anreize, zum Beispiel Verdienstzuschüsse abhängig machen, sodass also sozusagen ein Unternehmen nur noch dann im Wettbewerb überleben kann, wenn es große Verdienstzuschüsse bekommt, denn die Unternehmen, die nur kleine Verdienstzuschüsse bekommen, gehen pleite. Und dieses System ist stabiler, ist datenorientiert, ist auf harten Zahlen gebaut und nicht auf einer von Willkürentscheidungen, von Wirtschaftsprüfern für Gemeinbilanzen, Gemeinwohlbilanzen abhängig gemachten Geschichte. Ja, also das heißt also, bitteschön, ja, Gemeinwohlökonomie fördern, aber bitte nur in der Form der Next Scientist for Future. Die Gemeinwohlökonomie Christian Felbers ist zu jung, ist unausgereift, die blickt nicht auf 52 Jahre Entwicklungszeit zurück, sondern allerhöchstens auf 20 bis 30 Jahre. Das ist die junge Schwester vom Weltrat, aber das ist noch nicht ausgereift. Und da werden viele Wähler sagen, ja, mit sowas Unausgegorenen, das kann ich nicht wählen, davon will ich nicht regiert werden. Dieser Geist der Gemeinwohlökonomie wird auch erkennbar in dem Punkt leistungslose Einkommen besteuern. Das ist eine Formulierung, das ist eine Formulierung, die aus dem Marxismus stammt. Karl Marx ist ja, also deswegen, das klingt nach den linksradikalen Tönen der Gemeinwohlökonomie. Wir als bodenständige, vernünftige, naturwissenschaftliche, evolutionsbiologische Linke, echte Linke, sind natürlich, haben natürlich gewisse Sympathien, aber wir haben keine Sympathien mit Linksradikalen. Für uns sind Marktradikale genauso gefährlich wie Linksradikale. Und die Aussage, leistungslose Einkommen ist genau die Ideologie eines Karl Marx, das ist seine Verschwörungstheorie, dass da eigentlich wertlose, leistungslose Menschen seien, die letztendlich gar nichts arbeiten, nichts leisten und nur schreckliche Ausbeuter seien und Mehrwertabschöpfer seien, die also sozusagen die eigentlich Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmer nur betrügen würden um ihren gerechten Lohn. Das ist eine Ideologie, ja. Das ist eine Verschwörungstheorie, eine Hetztheorie gegen die Erfolgreicheren und Leistungsträger dieser Gesellschaft. Ja, wer ist denn Bezieher eines leistungslosen Einkommens? Ein Großaktionär? Ja, ein Großaktionär, der das vielleicht sogar geerbt hat, ist das ein Bezieher eines leistungslosen Einkommens? Wenn wir einen Großaktionär haben, der seine Aktien geerbt hat, dann stammt der dennoch aus einer Familie, die über Generationen bewiesen hat, dass sie mit Investitionskapital verantwortungsvoll umgehen kann und es so eingesetzt hat, dass damit Arbeitsplätze geschaffen wurden und ein volkswirtschaftlicher Gesamtreichtum Deutschlands geschaffen wurde. Wenn ich diesen viel Geld wegnehme und es umverteile und in eine Förderung der Konsumsucht der Bevölkerung gebe, dann ist dieser Reichtum weg und kann nicht mehr investiert werden, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Die Folge ist, dass Deutschland seine Wettbewerbsfähigkeit verliert und generell Deutschland ein ärmeres Land wird und als Lohn dafür wird Deutschland ärmer. Ganz abgesehen davon, dass sich diese angeblich Bezieher von bedingungslosen Einkommen, dass die sich entweder, so wie Michael Schumacher, der Rennfahrer, in die Schweiz absetzen werden, um in Deutschland nicht mehr besteuert werden zu können oder in andere Teile der Welt, vielleicht sogar gleich die ganzen Unternehmen und die Maschinen mitnehmen und dann verlieren wir alle Arbeitsplätze in Deutschland und so weiter und dann haben wir weniger Investitionskapital in Deutschland. Werden diese angeblich leistungslosen Einkommen besteuert und werden quasi in Staatshand genommen, dann wird sich zeigen, dass der Staat mit diesen Geldern wesentlich weniger gut bezahlte Arbeitsplätze wird schaffen können, als diejenigen, die aus einer Unternehmerfamilie stammen und über Jahrzehnte bewiesen haben, dass sie die Gelder so gut investieren können, dass dabei der größtmögliche volkswirtschaftliche Wohlstand resultiert, auch für die Arbeitnehmer, die damit hochbezahlte Jobs haben können. Also, vor diesem linksradikalen Aspekt kann ich die Partei Wir 2020 EU nur dringendst warnen. Das ist keine gute linke Politik, sondern das ist eine Verarmungspolitik für die Bevölkerung. Das heißt, sie ist am Ende nicht links, sondern unsozial, weil sie die Menschen ärmer macht, denn die Grenze ist immer die, ich kann so viel umverteilen, bis ich nicht anfange, dass die Neuschaffung von Arbeitsplätzen eher zu schwächen, die Neuinvestitionen der Wirtschaft dadurch eher zu schwächen und bevor ich nicht eine gnadenlose Abwanderung bekomme, bei der ich am Ende gar nichts mehr besteuern kann, weil die Leute weg sind mit ihrem Geld. Und dieses Programm, also leistungslose Einkommen besteuern, solche linksradikalen, marxistischen, ideologischen Töne schretten jeden, dürften jeden Unternehmer in der Welt, in Deutschland abschrecken, diese Partei zu wählen. Also, diese, und ich vermute, das stammt aus der Gemeinwohlökonomie und Christian Fellbers marxistischen und linksradikalen Tendenzen. Also, deswegen ganz vorsichtig damit. Und jetzt gehen wir mal weiter. Ich bleibe mal hier auf dieser Seite. Öko-Landbau fördern. Ja, das klingt sehr gut. Permakultur und Öko-Landbau. Aber wie? Wie macht man das? Die Next Scientist for Future sagen ganz klar, wie man das richtig macht. Der Marktleiter, egal ob Rewe, Aldi, Lidl, Alnatura, Basic, oder wie sie alle heißen, die ganzen Markte, der Marktleiter, bei dem ich häufiger einkaufe, oder die Marktleiter, bei denen ich häufiger einkaufe, die bekommen Verdienstzuschüsse dann, wenn meine Wohlfühlstimmen besser werden, meine Gesundheitskostendaten besser werden, meine Langlebigkeitsdaten besser werden, also die Kunden generell älter werden und später sterben als bisher üblich und die Kunden auch insgesamt reicher werden. Das kann man eventuell auch mit reinrechnen. Muss man gucken, welche Daten man genau mit reinrechnet. Aber auf jeden Fall kriegt dann mein Supermarkt, also mein Marktleiter, meine Marktleiter und eventuell Restaurantleiter und ähnliche Dinge, bekommen dann am meisten Verdienstzuschüsse und können deswegen im gnadenlosen Wettbewerb zukünftig überleben. Wenn sie hingehen und in der Mitte ihres Marktes eine Gesundheitslandschaft mit Ernährungsberaterinnen durchführen, wo also giftstofffreies Gemüse, Obst und so weiter, alles was gesund ist, die Menschen beraten werden dahin, wenn sie es möchten, natürlich nur diese Sachen zu kaufen und damit sendet dann der Marktleiter mit seiner Kette, Rewe-Kette, Aldi-Kette und so weiter, an die Lieferanten, wenn ihr uns, wir machen jetzt chemische Labore und chemische Tests, wenn ihr uns nochmal irgendwas liefert, was nicht ursortenorientiert ist, naturorientiert ist, absolut giftstofffrei, wenn ihr nicht sofort eure Böden, vielleicht mit Hilfe neuer Produkte der Pharmaindustrie und chemischen Industrie, entgiftet und wieder renaturiert und in den Naturzustand zurückführt und so weiter. Wenn also das, was ihr uns liefert, nicht zukünftig absolut naturbelassen und kerngesund ist und gesundheitsförderlich ist, dann seid ihr raus, dann kriegt ihr nie wieder einen Vertrag bei uns, also baut sofort eure landwirtschaftlichen Betriebe um in Permakultur, in Super-Bio-Anbau und so weiter. Und dann dadurch sozusagen wird das gelenkt. Welches Konzept den Ökolandbau fördern hätte die Partei? Ich habe das Programm nur überflogen, aber das ist alles nicht konkret genug. Das muss also ganz konkret, so wie ich es eben formuliert habe, müsste das formuliert sein. Die Supermarktleiter, also die Abnehmer, die Marktleiter, alle Marktleiter als Abnehmer der Landwirtschaft müssen quasi durch Verdienstzuschüsse dahin gelenkt werden, dass sie von ihren Zulieferern absolute Giftstofffreiheit und so weiter fordern. Und das wäre dann ein gutes Programm. Artgerechte Tierhaltung fördern, das verrät wieder den Einfluss von NGOs. Was sind NGOs? NGOs sind Gruppierungen, das sind Bettler. Das sind Bettler, die die Menschen anbetteln, um Spenden für für irgendwas zu bekommen, für Tierschutz, für Tierschutz in aller Welt, für Hungerhilfe in Afrika. Immer geht es darum, die Bevölkerung anzubetteln, Spenden zu kassieren und davon, von diesen Geldern möglichst viel in die eigene Tasche zu tun und einen Teil irgendwie auf die Welt zu verteilen, zum Schaden der WählerInnen. Und wenn das hier politisch gemacht werden soll, bedeutet das, man nimmt von den WählerInnen Geld weg und gibt es in einen großzügigen Tierschutz. Dafür haben aber die meisten Wähler überhaupt keinen Sinn. Die sind dafür, die freuen sich darüber, wenn man ihnen gesundes Fleisch verspricht. Also die Next Scientists for Future würden also der Partei empfehlen, hier gesundes, ökologisch gehaltenes, giftstofffreies Fleisch. Wenn schon überhaupt Fleisch, ich selbst neige dazu, fast gar kein oder gar kein Fleisch mehr zu essen, höchstens mal ein kleines Stück Fisch. Aber wenn schon Menschen Fleisch essen oder Fisch essen, dann sollte der so gesund wie möglich sein. Und das ist das, was WählerInnen interessiert. Gesundes, hier müsste also eigentlich stehen, gesundes Fleisch, gesundes ökologisches Fleisch zu niedrigen Preisen für alle. dass dabei dann auch die Tiere tiergerechter, artgerechter gehalten werden müssen, weil eine nicht artgerechte Haltung eher zu ungesundem Fleisch führt. Das ist zwangsläufig, aber die Masse der Wähler ist nicht bereit, einer NGO Ideologie, also den vorteilbringenden Irrtümern von NGOs zu folgen, die sagen, ja, wir müssen die Tiere, wir müssen den Tieren Menschenrechte geben und müssen sie wie die Menschen behandeln. Wissen sie, dazu muss man die Realität reinbringen. Kein Löwe, kein Leopard, kein Gepard nimmt Rücksicht auf das Wohl des Tieres. Die nehmen die sogar als Spielzeuge für ihre Kinder, damit die Kinder das Jagen lernen. Und dabei erleidet das Tier schreckliche Qualen. Das ist doch dem Raubtier egal. Dem Raubtier ist doch egal, was eine andere Art erleidet. Und wer die Menschen dazu bringen will, sich anders zu verhalten, unnatürlich zu verhalten, nicht wie ein Löwe zu verhalten, sondern aus moralischen Gründen, aus einer Hypermoralität, die aus den Vorteil bringenden Irrtümern dieser bettelnden NGOs stammen, nämlich Tiere über alles und die Tiere dürfen bloß nicht gezwickt werden, denn die Tiere sollen Menschenrechte bekommen. Solch ein Unfug, da wird die Masse der WählerInnen nicht mitgehen. Die wird sagen, das sind solche Träumer, wie wir sie von den Tierschutzparteien kennen, Schluck Wasser, und die nehmen nur von mir als WählerIn Geld weg, um es dann sinnlos, sozusagen der normale Wähler findet das okay, dass wir, wie die Löwen, wie die Geparden, wie die Leoparden, eine gewisse Brutalität gegenüber über unseren Nutztieren an den Tag legen. Aber was sie möchten, ist, dass wenn sie schon Fleisch essen, dass das Kern gesund ist. Und da muss man sie kriegen und muss sagen, hier, ja, gesundes Fleisch. Und dafür machen wir dann so viel artgerechte Tierhaltung, wie nötig ist, um gesundes Fleisch zu erzeugen. Und da gehen die WählerInnen dann auch mit. Aber dieses übertriebene Tierschutz um des Tierschutz Willens, quasi Menschenrechte für Tiere, da geht niemand Vernünftiges mit. Ja, das ist sozusagen NGO, das sind vorteilbringende Irrtümer beziehungsweise parasitäre Meme und Killer Viren des Geistes von NGOs, die mit solchen Formulierungen sozusagen die Leute zum Spenden bewegen wollen, als Bettler sozusagen. Ressourcenverbrauch bepreisen, das klingt so nach Öl bepreisen, Ölverbrauch, Benzinverbrauch, wie sagt man fossile Energien bepreisen, CO2-Steuer und ähnliches. Das klingt sehr stark nach Fridays for Future. Wir als Next Scientist for Future hatten natürlich auch ein Kooperationsangebot an Fridays for Future gemacht und hätten auch tatsächlich denen eigentlich etwas Unsinniges gegeben. Wir hätten gesagt, okay, wenn ihr uns bekannt macht, Greta, Luisa und so weiter, wenn ihr mit uns eine Weltpressekonferenz macht, mit unseren Professorinnen und so weiter, ja, und wir dadurch so bekannt werden, dass es überall diskutiert wird und wir dann in die Lage gesetzt werden, durch eure Hilfe in Deutschland ein jährliches Wirtschaftswunder von 500 Milliarden Euro jährlich zu erzeugen, dann können wir uns davon den Luxus leisten, tatsächlich eure Wünsche beim Klimaschutz Deutschland zu erfüllen, ohne die Volkswirtschaft Deutschlands zu beschädigen. Aber da jetzt Fridays for Future unser Angebot immer noch nicht angenommen hat, unser Kooperationsangebot, ist es so, dass es ganz klar so ist, ein weltweites Emissionsabkommen muss und sollte ausgehen, und da sind wir gerne bereit, mit das geistig zu unterstützen, muss aber von den ärmeren Ländern der Welt ausgehen, denn die NGOs wollen ja uns quasi aufhetzen, die wollen ja immer an Spendengelder ran und betteln, die NGOs wollen ja uns, und Fridays for Future ist letztendlich auch nur eine NGO, also eine Non-Governmental Organization, und die wollen uns im Prinzip zu Spenden bewegen und zu Geschenken an die Welt. Es geht immer bei NGOs, Gelder von den WählerInnen wegzunehmen und in den Rest der Welt zu pumpen. Und wenn wir hier in Deutschland sozusagen, wie Professor Hans-Werner Sinn richtig aufgezeigt hat, wenn wir hier weniger fossile Energien verbrauchen, dann könnte das ein fatales Signal an die Ölförderungsstaaten sein, nämlich jetzt ganz schnell noch viel mehr zu fördern und zu billigeren Preisen in alle Welt zu verkaufen, weil wenn Deutschland signalisieren würde, dass sie kein Öl mehr kaufen, dann könnte es ja sein, dass andere Staaten nachziehen, dann würde irgendwann der Ölmarkt zusammenbrechen und dann sagen die Ölförderungsstaaten, ja dann pumpen wir so viel Öl raus, wie geht und verkaufen das zu billigen Preisen und dann wird noch mehr CO2 emittiert und das Klima entwickelt sich noch schlechter als bisher. und das heißt also wir müssen so viel Ressourcen Verbrauch sozusagen wir müssen die Verdienst Zuschüsse davon abhängig machen, dass das Wohlfühlen und die Gesundheit der Bürger verbessert werden. Wenn dafür dann giftige Emissionen reduziert werden müssen, ist das gut und richtig. Wenn es aber darum geht sozusagen viel Geld in die dritte Weltländer zu pumpen, indem die im Prinzip dann noch jahrzehntelang fossile Energien verbrennen dürfen, wir aber nicht, die dadurch dann wirtschaftlich reicher werden, Deutschland wirtschaftlich ärmer und die WählerInnen damit ärmer werden, dann wird das der deutsche Wähler nicht mehrheitlich akzeptieren. Das ist also auch hier wieder ein ziemlich linksradikales Programm, pumpe Geld von den deutschen WählerInnen weg ins Ausland in die dritte Welt. Und das werden die Masse der Wähler nicht wählen, weswegen wir ja sagen, das Programm bisher mutet zu einem 3 bis 4,5 Prozent Programm an, aber das würde zu einem endgültigen Scheitern der Partei 2020 EU führen. Gut, soviel erst einmal. Also ein weltweiter Emissionshandel muss von den ärmsten Ländern der Welt ausgehen, dass die sagen, wir sind bereit, den gleichen, die gleichen CO2 Preise und Emissionspreise zu bezahlen wie der gesamte Rest der Welt, weil sonst landen wir bei einer Idee, dass wir sozusagen früheres Unrecht wieder gut machen sollten. Ja, wenn man das nämlich versucht, wenn man versucht, früheres Unrecht wieder gut zu machen, ende das in einer Katastrophe, denn dann müssten wir im Prinzip alle acht Milliarden Menschen nach Afrika reinstopseln und reinklemmen und dort eine riesige Katastrophe auslösen, denn wenn wir alles Unrecht zurückfahren, dann ist es so, dass Menschen es vor zwei Millionen Jahren ausschließlich in Afrika gab und der Rest der Welt den Tieren gehörte und wenn wir dieses Unrecht, dass die Menschen quasi den Tieren die restlichen Kontinente geraubt haben, wenn wir das rückgängig machen, dann müssen wir nicht nur Nordamerika und Südamerika den Indianern und Indios wieder zurückgeben und alle Europäer eben abziehen sozusagen und alle Bürger mit europäischen Wurzeln wieder aus Amerika wegräumen quasi und am Ende müssen wir sie alle nach Afrika räumen, denn wir haben wir haben zu Unrecht den Tieren die Kontinente weggenommen ja also wenn man quasi so eine Aufrechnungsgeschichte machen möchte vergangenes Unrecht wieder gut zu machen dann landet man dabei dass man alle Menschen der Erde nach Afrika bringen müsste und den Rest der Natur überlassen müsste deswegen auch dieser Punkt hier Renaturierung fördern das ist auch wieder so etwas ja das würde bedeuten eben der Konsequenz wenn wir diesen NGOs folgen und deren Vorteil bringen den Irrtümer über die sie versuchen Spenden zu sammeln in der Bevölkerung und dadurch die Bevölkerung ärmer zu machen und dieses Geld dann in den Rest der Welt zu pumpen sozusagen dieses Verarmungsprogramm für Deutschland was zutiefst unsozial ist ja das bedeutet Renaturierung fördern bedeutet in der Konsequenz dass alle Menschen in Afrika leben müssen und sich dort die Füße tot treten und riesiges Leid entsteht und sozusagen die restlichen Kontinente wieder der Renaturierung zur Verfügung stehen das wäre konsequent und jede Zwischenstufe davon ist auch schon schädlich ja das ich überspitze es nur um zu zeigen wie schädlich es in der Konsequenz wäre ja das heißt wir haben es hier mit lauter linksradikalen unausgegorenen NGO Konzepten zu tun die den Wähler innen großen Schaden zufügen würden und sozusagen ja letztendlich ähnlich ist es mit der Mobilitätswende verwirklichen wir brauchen die Next Scientist for Future deren Konzept läuft auf Mobilitätsende hinaus die Next Scientist for Future sagen Mobilität ist eine pathologische Konsumsucht unserer Kultur und muss beendet werden die Menschen sollten wieder nach und nach wieder in kleinen Räumen leben am besten direkt dort wo sie arbeiten dort vielleicht in mehr Generationen Wohngemeinschaften aber das ist natürlich freiwillig alles nur wer Lust hat ja und so weiter alles selbstverständlich freiwillig aber im Prinzip läuft die gesamte Reformen Palette der Next Scientist for Future am Ende darauf hin dass es viele Menschen geben wird die freiwillig in von den Unternehmen gebauten Wohnraum direkt am Unternehmen wohnen und leben und feiern und genießen und arbeiten wollen und hoffentlich dann werden und dafür braucht man dann null Mobilität und wenn die Menschen dann so glücklich sind in ihren Mehrgenerationen Kommunen sozusagen und so viel Spaß haben und so viel Sport Spiel Tanz und Sport und Spiel weil ja die Ärzte sozusagen mit ihren Hausarzt Ersatz Prax Hausarzt Ersatz Gesundheits Kommunen sozusagen so viel Lebensfreude und Lebensqualität ermöglichen dass die Leute nicht mehr reisen wollen weil es schöner ist zu Hause dann haben wir das Mobilitäts Ende relativ stark verwirklicht und jede Form der Mobilitäts Wende bedeutet nur dass man ein pathologisches System an dem Feinkorrekturen macht die vielleicht viel Geld kosten und auch viel die Bürger die WählerInnen viel Geld kosten und am Ende doch nicht wirklich das Problem lösen nämlich die Reisesucht und Mobilitätssucht unserer Bürger zu beenden das ist also quasi die falsche Therapie ja jetzt ich kann das nur andeuten ja weil es ist eigentlich zu viel auf was ich jetzt eingehen müsste gesunde Kitas und Schulen das spricht auf die Bildungsreform der Next Scientists for Future an aber doch nicht mit irgendwelchen vagen Konzepten natürlich müssen wir die Schulen so umgestalten dass die Lehrer dann am meisten Verdienst Zuschüsse und dann am meisten positive Anreize und die besten Ranglisten Positionen in der Rangliste der Lehrer und der Schulen erhalten wenn die wenn die Lehrer sozusagen die Kinder dort abholen was die Kinder als nächstes lernen wollen und vielleicht die Klassen sozusagen dass die eine Gruppe der Kinder sich für das interessiert die andere für das also dass wir eine ganz lebendige Schule machen und dass am Ende Erwachsene rauskommen mit hohen sozialen Fertigkeiten aber auch mit hohen Führungsqualitäten mit hohen sozialen Kompetenzen menschlichen Kompetenzen und 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 umfassend gebildet und dann aber auch mit echter Weltkenntnis mit echter naturwissenschaftlicher Grundausbildung was ja heute alles fehlt weil was wir heute in den Schulen lernen ist ja quasi Ideologie ist ja quasi Raubtier Kapitalismus fördernde begünstigende Ideologien das ist anti naturwissenschaftliche unwahrheitsorientierte Fehlausbildung was bis jetzt die Kinder bekommen natürlich müssen wir das ändern aber doch bitteschön so wie es in den Sendungen mit den Next Scientists for Future angedeutet und beschrieben ist nämlich dass die Lehre auf jeden Fall nicht mehr wie bisher quasi leistungslose Einkommen beziehen indem sie teilweise die Kinder maltretieren das sind nämlich wirklich leistungslose Einkommen Lehrer müssen die Einkommen der Lehrer die Verdienstzuschüsse und die Ranglistenposition und alle Formen der positiven Anreize müssen davon abhängig gemacht werden dass ein Lehrer messbar die Kinder gefördert und dazu gehört auch wirkliche Fähigkeit lesen schreiben und rechnen müssen die Kinder auch wieder können und so weiter und nicht nur irgendwelche esoterischen Ideale natürlich sind diese sozialen Kompetenzen ungeheuer wichtig Teamfähigkeit und was auch immer aber das genau das wird ein guter Lehrer der Zukunft auch machen wenn die Reform nach dem Bilde der Next Scientists for Future gemacht wird mit einem nebulösen Fordern und nebulösen Konzepten wird das nichts werden und die WählerInnen sind es leid irgendwelche fragwürdigen Bildungsreform Ideale wieder zu unterstützen das interessiert niemanden mehr ja nächster Punkt freie Therapiewahl natürlich das müssen wir sofort einführen da kann man total nur zustimmen aber doch bitte so wie die Next Scientist for Future das vorschlagen nämlich dass jeder der irgendwie Therapie oder Beratung oder Lebensberatung oder irgendwas rund um Gesundheit und Leben irgendwelche Beratungen anbietet der muss und darf eine Hausarztersatzpraxis aufmachen aufmachen oder ein Hausarztersatzpraxisteam begründen weil wir absolute Therapiefreiheit haben es muss am Ende so sein wer die Gesundheitsdaten die Wohlfühlstimmen die Langlebigkeitsdaten der seiner Kunden besser verbessert als andere der wird in den Ranglisten oben landen aber auch die ganzen Scharlatane werden durch die Pflicht eine Hausarztersatzpraxis aufmachen zu müssen was übrigens auch für die Leiter von Pflegen Alten und Pflegeheimen gilt ja so dass alle gleich gemessen werden Chancengleichheit für alle für jede Therapieform also auch für die Homöopathen ja alles völlig frei aber wir wollen natürlich rausfiltern wer sind Scharlatane die Scharlatane werden durch die Datenerhebung und Messung am Ende der Rangliste landen und werden da werden alle Kunden abwandern und die die in den Ranglisten ganz oben stehen also die gesundheitsförderlichsten Hausarzt Ersatzpraxisteams sozusagen die die werden einen großen Zustrom an Kunden haben und die werden ein wahnsinnig gutes Prävention und Krankheits Verhinderungs und Gesundheitsförderungs Programm mit Singen Tanzen Musizieren Spiel Spaß und Sport und allem auf die Beine stellen alles was Menschen verführt zu einem gesünderen glücklicheren Lebensstil das wird das Ziel der neuen Hausarzt Praxen und Hausarz Ersatz Praxen neuen Stiles werden aber bitte keine unausgegorenen Konzepte Gesundheit vor Profit Interessen selbstverständlich die auch die Pharma Industrie die Medizin Industrie die Impf und Test Industrie alle diese Industrien werden nur dann Dienstzuschüsse bekommen und überleben können wenn der Gesundheitszustand der Kunden die irgendwie Kontakt haben irgendwelche Produkte von denen bezogen haben und so weiter wenn der Gesundheits- und Wohlfühlzustand dieser Kunden signifikant besser wird und die Pharmakonzerne die oder Impfkonzerne die mehr Schaden anrichten als Nutzen und einfach nur möglichst viel verkaufen auf Kosten der Bevölkerung die werden Pleite gehen durch diese neuen gezielt gesetzten positiven Anreize ja so muss es sein aber das muss bitteschön gekonnt gemacht werden und ohne die Hilfe der Next Scientist for Future wird das nicht gekonnt gelingen ja und selbstverständlich müssen wir freie und unabhängige Medien haben wir müssen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sofort absolut werbefrei gestalten wir müssen das Personal vorübergehend aufstocken damit wir eine also oder indem wir in den öffentlich-rechtlichen Medien nicht nur diejenigen Journalisten haben die die gleiche Meinung haben wie die bisherigen Werbekunden also Pharma und Medizin Konzerne und so weiter sondern wir müssen auch die schärfsten Pharma und Medizin Industrie Kritiker an Journalisten einstellen zum Beispiel solche Journalisten wie wie sie zum Beispiel die Art der Sendung Profiteure der Angst hergestellt haben solche müssen direkt angestellt werden in den öffentlich-rechtlichen Medien und die kriegen die 50% der Stimmehrheit also immer wenn über eine Gestaltung einer Sendung abgestimmt wird haben die 50% Stimmrecht und die 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 gleiche Meinung haben wie die früheren Werbeträger Werbe Werbe Werbepartner sozusagen die früheren bisherigen Werbepartner die haben auch nur 50% und dann müssen die sich auf ausgewogene Berichterstattung einigen und dann wird plötzlich Pharmaindustrie und Impfindustrie kritisch berichtet und diskutiert mit den entsprechenden externen Experten und und das werden beide Standpunkte darstellt gestellt Pharmaindustrie freundlich und Pharmaindustrie kritisch und dann kommt dann alles zur Sprache nämlich dass eventuell die Pharmaindustrie uns alle geimpft hat mit ihren vorteilbringenden Irrtümern und uns quasi dahin gebracht hat ihr möglichst viel abzukaufen was aber zum Schaden vieler Menschen geworden ist ja so dann gehe ich jetzt mal auf die andere Seite Bürger Beteiligung stärken natürlich müssen wir die Bürger Beteiligung stärken aber doch bitte wie sollen wollen sie also sozusagen die Bürger sagen ja natürlich möchte ich ab und zu eine große Volksabstimmung mitmachen können über die wir dann auch monatelang diskutieren an den Stammtischen und so weiter aber ich möchte jetzt nicht jede Woche belästigt werden mit einer Volksabstimmung wo ich überhaupt keine Ahnung von der Materie habe ich möchte nicht die Arbeit der Politiker machen die sollen mal gefälligst für mich arbeiten ich muss mich um meine Karriere kümmern um meine Firma um mein Unternehmen um meinen Betrieb kümmern und so weiter und ich kann nicht ständig die Arbeit der Politiker machen indem wir eine Volksabstimmung nach der anderen bekommen das geht nicht das wäre zu viel sondern ich bin bereit mich zu fragen wie wohl geht es mir wirklich und dann vielleicht eine veränderte Wohlfühlstimme abzugeben jeden Monat jeden zweiten Monat oder so da bin ich gerne bereit dazu mich ab und zu mal zu fragen wie geht es mir denn wirklich geht es mir im Moment schlechter oder besser als vor einiger Zeit ja so viel bin ich gern bereit den Politikern zu helfen und in diesem Sinne bin ich bereit an der Volksabstimmung über Wohlfühlstimmen gerne teilzunehmen aber doch nicht indem ich mich ständig in Dinge einarbeiten muss oder gar in Bürger Parlamenten mich ständig in Dinge einarbeiten soll wochenlang monatelang und dabei meine Karriere und meinen Betrieb gefährden soll und so weiter da kann ich aber natürlich brauchen wir eine echte Demokratie zum ersten Mal ja natürlich müssen wir über die Wohlfühlstimme über die Verdienst Zuschüsse für die Unternehmen endet Lobbyismus von heute auf morgen wir müssen mit den Altparteien einen Kompromiss aushandeln dass sie dem zustimmen dass wir Deutschland radikal demokratisieren zum Beispiel mit der Wohlfühlstimme dass wir dadurch durch die Verdienstzuschüsse quasi Lobbyismus beenden Parteispenden beenden Jobs aus der Wirtschaft für die Politiker beenden und dafür müssen wir ihnen einen finanziellen Ausgleich geben wir müssen sie finanziell für diese entgangenen Karrieremöglichkeiten nach der Politik oder während der Politik müssen wir sie entschädigen und dann kriegen wir das hin dass wir in einer Koalition sozusagen das hin bekommen dass die einer Volldemokratisierung Deutschlands zustimmen aber nicht naiv einfach mit so viel Volksentscheide wie möglich das wird nicht funktionieren demokratische Kontrolle in Krisenzeiten sichern nicht nur in Krisenzeiten wir müssen eine fortlaufende ständige demokratische Kontrolle haben sodass der Politiker genau weiß wenn ich nur eine Sekunde mich nicht mit den Wünschen der Wähler innen auseinandersetze dann werde ich knabenlos abgestraft und abgewählt und genau das stellen die Next Scientists for Future mit ihrem Demokratisierungsprogramm her transparente Aufarbeitung der Corona Krise es ist nicht sinnvoll aufzurechnen also viele Verschwörungstheoretiker lieben es natürlich wenn es darum geht Verbrecher identifizieren zu wollen es entspricht der Mentalität von Verschwörungstheoretikern und Rechtsradikalen und Linksradikalen Verschwörungstheoretikern dass es immer darum geht irgendwelche bösen Reichen zu identifizieren als die Schuldigen die Rechtsradikalen die beschimpfen eher die bösen jüdischen Reichen und die Rechtsradikalen und die Linksradikalen die beschimpfen eher die bösen Reichen an sich die lassen das mit dem jüdisch weg aber es geht immer darum irgendwo irgendwelche Verbrecher zu fantasieren in Wirklichkeit ist es so dass es vielleicht drei Prozent der Gesellschaft sind vielleicht wirkliche Verbrecher und Wirtschaftsverbrecher und drei Prozent sind vielleicht wirklich echte Gutmenschen die echte wahrheitsorientiert sind und aber 96 Prozent sind einfach nur sich irrende Menschen die durch ein wahnsinniges bisheriges Wirtschaftssystem gezwungen wurden Profite auf Kosten der Menschen machen und des Wohlfühlens und der Gesundheit der Menschen machen zu müssen weil das die Rahmenbedingungen sind die sie nicht ändern konnten und die sie auch nicht durchschaut haben und die niemand durchschaut hat und wir können jetzt wir müssen aufhören mit Aufrechnung mit Vergangenheits Aufrechnung genauso wie wir nicht gehen können und also quasi alles Unrecht auf der Erde sozusagen rückgängig zu machen weil wir dann am Ende acht Milliarden Menschen in Afrika hätten und der Rest den Tieren und der Natur rückgegeben werden müsste wenn man wenn man absolut gerecht sein wollte ja und genauso müssen wir aufhören sozusagen mit diesem Weg des Hasses der Verschwörungstheorien der Beschuldigung ach ihr seid ja alle Verbrecher und ihr habt ja alle nur einen verbrecherischen Plan verfolgt und wolltet uns von vornherein alle immer nur Gutes und da stellen wir doch lieber unseren zukünftigen Koalitionspartnern dass sie es alles gut gemeint haben dass sie halt in bestimmten Irrtümern waren die zwangsläufig waren aufgrund desjenigen teuflischen Wirtschaftssystems dass wir ja alle bisher mitgetragen haben für das wir alle selbst auch verantwortlich waren ja und dass wir alle so haben laufen lassen wie bisher ja also wir sollten uns an die eigene Nase fassen und nicht nur projizieren die bösen Verbrecher da außen und ich wir sind die einzigen Gutmenschen nein wir haben uns doch an diesen Verbrechen alle selbst beteiligt bisher wir müssen doch mal an die eigene Nase und vor der eigenen Tür kehren und mal den Balken im eigenen Auge sehen und nicht nur die Splitter in den Augen der anderen ja wir müssen doch erkennen wir haben doch dieses mörderische unser Leben zerstörende System doch bisher alle mitgetragen wir sind doch die Schuldigen die Mitschuldigen und wir sind auch mitschuldig geworden und deswegen sollten wir nicht mit dem Finger auf die anderen zeigen sondern merken dass dabei immer drei Finger auf uns selbst zurück weisen auf unsere Schuld sondern wir sollten sagen wir machen keine Schuld Bearbeitung sondern wir suchen sofort eine konstruktive Lösung mit den Altparteien zusammen als neue große Volkspartei und wenn man so ein liebevolles freundschaftliches Konzept geht und solch einen Weg dann kann man die 56% der Next Scientists for Future die die in einer simulierten Bundestagswahl erreicht hatten erreichen so geht es nicht ja mit Feindschaft mit Hass und Feindschaft wird man nur erreichen dass man nachdem die Linke die Partei die Linke und danach die AfD als Aussätzige des Parlaments behandelt wurden als Leute mit denen man weder koaliert noch spricht dann würde diese neue Volkspartei der Mitte Links würde automatisch wieder zu der neuen aussätzigen Partei werden mit der man und über die man nicht spricht und mit der man niemals koaliert und so weiter ja und das Programm wie es bis jetzt da so steht in seinen Grundpfeilern für Baden-Württemberg würde genau in diese Richtung führen wir müssen doch mit den Grünen in Baden-Württemberg kooperieren und koalieren und mit der CDU dort wahrscheinlich koalieren und kooperieren oder ja und hier steht dann der nächste der letzte Parteipunkt der hier steht so in diesem Überblick und mehr als auf diesem Überblick gehe ich nicht ein das lohnt nicht ich hoffe es schon die grundsätzlichen Fehler sind schon deutlich geworden also insgesamt dieses gesamte anthroposophisch angehauchte esoterische Programm das da werden die WählerInnen in Scharen davonlaufen ja das geht so nicht das ist gut gemeint aber schlecht gemacht wir müssen es gut gemeint und gut gemacht machen und das können sie nur wenn sie auch die next scientists for future und die anderen sechs weiteren Experten Gemeinwohlökonomie haben sie ja zum Glück schon als externe Reformer dabei aber da sind noch Professor Nico Pech Professor Hans-Werner Sinn Professor Achim Truger von den Wirtschaftsweisen also es gibt noch sechs andere Experten die noch dazugehören neben den next scientists for future und ohne diese wird das gut gemeint aber schlecht gemacht sein und die Wähler werden in Scharen sich dagegen entscheiden bitte lassen sie uns telefonieren und sofort daran arbeiten bedingungslose letzter Punkt dieses Überblicksprogramms für Baden-Württemberg bedingungslose Grundversorgung statt Hartz IV da werden die Wähler in Scharen davon laufen denn das müssen doch die WählerInnen bezahlen ja das ist doch wie gesagt ich habe doch vorhin vorgerechnet dass es eine Illusion ist dass es durch Umverteilung von den Reichen kommen wird wenn man das macht wird es keine Reichen mehr in Deutschland geben die sind dann weg und zahlen nie wieder Steuern in Deutschland und dann müssen diese bedingungslose Grundversorgung müssen die Arbeitnehmer bezahlen und die müssen quasi ein also dieses extrem hohe Hartz IV was sie bis jetzt schon bezahlen wird ja beim bedingungslosen Grundeinkommen also die mit den Next Scientists for Future können sie gerne diskutieren über ein kleines Hartz IV und ein mini bedingungsloses Grundeinkommen darüber kann man diskutieren warum das nötig ist denn diese Idee des großen Hartz IV und des noch größeren bedingungslosen Grundeinkommens stammt aus den Sozialspatler die wollen natürlich möglichst viele Dauerarbeitslose möglichst viele Sozialfälle und zwar nicht bewusst sondern die haben vorteilbringende Irrtümer im Kopf die automatisch dazu führen dass es zu vielen Dauerarbeitslosen kommt wir haben fast drei Millionen Dauerarbeitslose in Deutschland und die die profitieren davon die machen Karriere je mehr Sozialfälle es gibt und die es sind zwei Pfeiler die auf die vorteilbringenden Irrtümer steuern die Leute die sozial ich mache mal ein Beispiel es reicht aus wenn ich im Arbeitsamt mich zurücklehne und den Arbeitslosen sage bewerbt euch mal gefälligst das ist nicht helfen diese vorteilbringenden Irrtümer führen zu einem nicht helfen das führt dazu dass die Arbeitslosen dauerarbeitslos bleiben und dann haben die Mitarbeiter des Arbeitsamts ihren Job gesichert und können Karriere machen weil es eher mehr Arbeitslose werden als weniger ein zweiter vorteilbringender Irrtum ist wenn wir den Leuten nicht mehr Geld geben dann verhungern die uns wenn wir denen nicht ganz viel geben das ist der Bereich der Verwöhnung man hält also mit zwei Kräften hält man Menschen in der Dauerarbeitslosigkeit weg fest mit Nicht-Helfen und mit Verwöhnung und das ist genau das und das große bedingungslose Grundeinkommen ist nur ein Konzept der Sozialspartler die Verwöhnung zu vergrößern und dadurch die Dauerarbeitslosigkeit und das dauerhaft erhalten bleiben von Sozialfällen zu erhalten die Next Scientists for Future wollen echte das ist Pseudo übrigens Pseudo linke und Pseudo soziale Politik echte soziale Politik bedeutet null Arbeitslosigkeit null Obdachlosigkeit und das bedeutet dass für die Arbeitnehmer die alle reicher werden weil sie nichts mehr in Arbeitslosigkeits losen Versicherungen einzahlen müssen wenn wir null Arbeitslosigkeit erzeugt haben das ist echte gute Politik also die Arbeitsamt Mitarbeiter kriegen Verdienst Zuschüsse in Zukunft nur noch dann nur noch dann wenn alle Menschen der Region für die sie zuständig sind das Bezirk sind in Arbeit sind möglichst gut bezahlt oder in ehrenamtlichen Einrichtungen tätig sind irgendwas arbeiten und irgendwo volkswirtschaftlichen Reichtum schaffen dann werden daran von die Mitarbeiter beteiligt aber sie werden nicht mehr belohnt für möglichst viele Dauer Arbeitslose und das ist die richtige Belohnung positive Anreize für Null Arbeitslosigkeit und das ist die sozialste Politik von allem denn im Moment ist es so dass auch die Pharmaindustrie sehr gut verdient an diesen Dauerarbeitslosen weil die ihre Arbeitslosigkeitsdepressionen werden ja behandelt mit Psychopharmaka und werden gelindert aber es ist doch viel besser die Leute in Arbeit zu bringen und dadurch die Arbeitslosigkeitsdepression ein für allemal zu beenden dann brauchen sie auch keine Psychopharmaka mehr um die Arbeitslosigkeitsdepression zu zu überstehen also in der Summe ist das ein esoterisch linksradikales NGO Programm anthroposophisch esoterisches linksradikales verträumtes NGO Programm was diese Partei verurteilen würde zudem scheitern wie es die 500 Kleinparteien und Splitterparteien der Vergangenheit auch getan haben holen sie sich die Kompetenz der zusätzlichen sieben kompetenten externen Reformer sie dürfen doch gerne auch mit den bisherigen externen Experten und externen Reformern diskutieren aber bitte sozusagen versuchen sie spitzenwissenschaftliche Erkenntnisse mit rein zu bauen und verhindern sie das Scheitern der Partei wir 2020 EU denn es steht zu befürchten dass mit diesem Parteiprogramm was ja dann zeigt Westgeistes Kind wir 2020 EU ist dass damit die Wähler in Baden-Württemberg stellvertretend für ganz Deutschland grundsätzlich entscheidend werden solche Träumereien kann ich doch nicht wählen das geht doch alles auf Kosten von mir als WählerIn das ist doch alles das macht mich doch nur ärmer ich als fleißig arbeitender Mensch muss doch die bedingungslose Grundversorgung bezahlen ich muss doch alles ich muss diese Mehrgelder doch alle bezahlen und ja natürlich hat das bedingungslose Grundeinkommen den Vorteil dass man die ganze Hartz-IV-Geldverwaltung einsparen kann aber ein erhöhtes bedingungsloses Grundeinkommen bedeutet noch mehr Kosten und die Frage wird sein ob wenn dann die Menschen ja überhaupt keinen nicht den geringsten Druck haben arbeiten zu sollen und wenn die dann total in Ruhe gelassen werden ob dann nicht die Leute wirklich eher sagen okay ich bekomme ein bedingungsloses Grundeinkommen und nebenbei arbeite ich noch als Krimineller und verdiene noch so mein Geld ja also das kann auch zu ganz nach hinten losgehen ja wie gesagt wir sind einverstanden mit einem mini bedingungslosen Grundeinkommen in einer Region Deutschlands und wenn diese Region dann wirtschaftlich kaputt geht dann wissen wir dass es nicht funktioniert ja aber wenn es funktioniert dann können wir es ja überall einführen aber ich fürchte es wird nicht funktionieren und die Wähler verstehen das auch ja dass es nicht funktionieren wird können ja das war's mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute bitte liebe Partei wir 2020 EU bevor ihr euch selbst kaputt macht bitte einfach telefonieren und wir haben ja schon mit einer Partei ja schon 15 Stunden Sendungen produziert 20 Stunden Sendungen machen sie machen sie Talkshows mit uns und mit den anderen sieben Experten und mit von mir aus machen wir sie mit Talkshows mit zehn verschiedenen 15 verschiedenen Experten aber bitte nicht nur mit denen der Träumer bis jetzt haben sie mit denen mit all den Träumern geredet jetzt reden sie immer mit den knallharten Naturwissenschaftlern und mit den echten Experten ja und auch wenigstens auch und dann werden wir ihnen immer wieder sagen das geht so nicht sie verschrecken alle Wähler und sie verlieren alle Wähler ja also bitte wir freuen uns auf den Kontakt sofort anrufen bei uns nextscientistsforfuture.de Telefonnummer sofort anrufen da können wir sofort plaudern und ich kann sie nur warnen mit solch einem Parteiprogramm in eine Wahl zu gehen das bedeutet das endgültige Aus weil dann sich in ganz Deutschland rumsprechen wird naja so eine so eine linksradikale esoterisch anthroposophische NGO Träumerpartei die von Gedankengut der Sozialsparten und der Arbeitsamt Mitarbeiter geprägt ist und für alle möglichen Leute Karrieremöglichkeiten eröffnet und Verdienstmöglichkeiten aber kein wirklich leistungsfähiger Wandel und keine echte Demokratisierung bedeutet und so weiter das ist unwählbar und dann ist es vorbei mit der Partei und das gleiche muss ich auch der Basis sagen bis jetzt alles was ich so mitgekriegt habe ist auch dass dort die Gefahr besteht dass die mit verträumten Experten reden werden und bitte wir haben eine Liste wir haben die Liste runtergeschrumpft auf die die mindesten acht Experten und diese sollten sie zur Ausgangsbasis machen sonst wird das alles nichts also bitte sofort telefonieren tschüssi bis bald es